Und für die YouTube-Leute gehen wieder vier Monate vorbei, für uns gehen es vier Sekunden vorbei. Willkommen zurück zu Söhne des Waldes. Der Erstgeborene. Was heißt, so ein Insider oder? Ne, weiß ich nicht. Okay. Vielleicht wird es jetzt einer. Auf jeden Fall. Wir sind umgezogen, wir haben uns in der letzten Folge demokratisch darauf geeinigt. Ich habe den Haars nicht überfahren. Oh, Entschuldigung. Oh nein. Wir haben uns demokratisch geeinigt, unser altes Leben hinter uns zu lassen. Mit einem großen Knall. Mit zwei großen Knallen. Knellen. Der sammelt vielleicht fleißig da oben noch seine Holzstamm ein. Der nimmt Holzstamm, hebt ihn auf und legt ihn wieder hin. Also beim ersten Forest gab es halt auch eine Kettensäge. Ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt. Sicherlich gibt es dann auch eine. Vor allen Dingen im ersten Forest gab es halt auch einfach so ein Cheatmenü, wo du dir halt einfach irgendwelche Dinger, Items cheaten konntest. Und es gab einen Instant-Bild-Modus. Der war auch geil. Ich kann nicht ihm sagen, dass er einsteigen soll. Nee, du musst mir Folgen machen. Dann kommt er. Und einfach hier. Na ja, wenigstens... Kann er das. Steig rein. Jawoll! Er ist am Start. Wie das Windows-Zeichen. Ich habe Hand runtergeladen. Was runtergeladen? Hand. Hund. 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 Lock. Oh, jetzt haben wir mal Speed drauf hier. Huh? Ich fliege durch den Wald. Schon ein schöner Komfort mit so einem Golfkahn, ne? Ja. Wenn Du es nicht wieder im See versinkst. Ah, ich noch nicht. So. Wo seid denn ihr? Ah ja, vielleicht wieder da. Sicher. Gucke ich mal nach links hier. Ja, da müssen wir euch doch gleich schon wieder sehen. Noch habe ich ein paar Bäume vor mir. Nicht mehr lange, Lu. Ah, jetzt könnten wir uns eigentlich schon wieder sehen. Ich sehe dann die. Ja, angespeedet. Da hinten, komm da. Ja. Da ein bisschen weiter nördlich ist das Feuer, ne? Ja. Unsere Basis haben einmal geschehen. Ach, wir müssen noch speichern. Stimmt, ja. Kannst du eigentlich auch speichern, oder kann nur ich das? Nö, wenn wir ein Dingens haben, können wir speichern. Beide. Ah, sehr gut. Durstig, Schande. Zum Trinken müssen wir immer runter, ne? Nö. Ach, du hast einen Regenmacher, ne? Wir haben einen Regenmacher. Wir sind einfach Macher. Wir machen einfach den Regen. Wir machen ihn einfach. Wir machen einen Feuertanz. Und wo haben wir das? Regenfänger. Zwölf Stöckis. Zack, und wir haben einen Regenfänger. Regenmacher. Ich würde aber sagen, wir gönnen uns direkt zwei. Sieht ja echt widerlich aus, ey. Ach. Ob ich daraus trinken will? Willst du? Willst du? Au, Alter. Ey. Oh. Was will denn der Mist, ey? So, Kevin, mach weiter. Hier schon langsam rumgehen. Ja? Ja, 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 machen, mach. Gehen wir um die Ecke und dann schon zu machen. Das ist ja der kleinere Ring. Würde ich nicht allzu groß machen. Ja, so ganz riesig brauchen wir es ja wirklich nicht. Das ist ja... Was hast du noch nicht für ein Stärkelevel? Äh, zehn. Du? Äh, gleich zwölf. Wow. Ist aber stark. Ja, wenn du jetzt die ganze Zeit ja... ...e Scooter hier gefahren bist, hab ich ja hier gekloppt. Ja, bist bekloppt, genau. Da hab ich immerhin mal nicht abgeworfen. Alle, ey. Da, 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 da. In der nächsten Folge geh ich, äh... Geh ich mal rüber zum, äh... Oh, ja. Nee, zum, zum, zur Rettungskapsel da hinten. Ah. Schwimmen? Ja. Oder kann man sich ein Bötchen bauen? Nee, hab ich eben nachgeschaut. Geht leider nicht. Im ersten Teil konnte man das. Da konnte man sich sogar ein Hausboot bauen. Dann schwimmen wir zusammen, wenn es Haie gibt. Dass wir uns doch gegenseitig verteidigen können. Na, das bringt halt nix, deswegen. Alter, schmeißt der mich schon wieder ab damit. Ey. Es gab früher sogar richtige Memes davon. Apropos Memes. Wir haben sehr lange keinen Besuch mehr gehabt. hier die andere Mauer an. Ich würde fast sagen, hier. Oh, Calvin. Achtung, der kommt gleich. Boah. Mal vorher was sagen, der Kerl. Pass auf, Calvin. Damit du was zu tun hast. Macht sich gut. Hört doch zu tun. Großes Stammlager. Bisschen weiter oben. Ich würd's hier direkt neben die Mauer machen. Passt du's? Oder willst du's drinnen haben? Nee. Ich würd's von außen hin machen. Ja, mach's außen hin. Wenn du Stöckis hast, rein damit. Ah, das war's schon. Oh. Hier sind hier ganz viele rum. Haha. Ach so, wir müssen übrigens auch noch die ganzen Dinger hier so anspitzen, ne? Keiner drüber klettert. Korrekt. Wenn dann irgendwie so ein Muschiklaus oder ein Galoppelhainz oder ein Thrombosen-Jonas kommt, dann müssen wir auch aufpassen. Wie kann man die denn anspitzen? Äh, auch hier wieder rechtsklick. Oben auf den... Nee, Quatsch. Äh, linke Maus, was du gedrückt halten. Da gehst du in diesen Modus. Und... Hoppala. Warum du's nicht? Ich muss jetzt nicht, wie ich, komplett verkackt das hier. Na gut, ich baue erstmal weiter. Jaja. Warte, ich hab hier irgendwo Reparaturwerkzeug. Reparaturwerkzeug. Geil. Wird sich wahrscheinlich auch nur Wasser, wenn... Ja. Ja klar, wenn's regnet, ne? Das kommt nicht. Das ist ja logisch, ne? Prost. Mal runtergehen. Abara-Kadabara. So, was können wir noch machen? Wir haben... Ein Stocklager. Können wir auch zwei Stück bauen. So, dann können wir noch bauen. Steinlager. Zwei Stück. Oh, ein Fischreuse. Oh, das... Da muss man auch so weit gehen. Was hin? Jetzt ist der Calvin hin. Da ist er. Komm. Mach mal. Ja. Ich finde das hier wesentlich sinnvoller als oben die dernliche Hütte. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wir haben super gehandelt. Wenn du übrigens hier überall rumläufst und Stöcker siehst, ne? Immer nehmen, immer aufsammeln. Ja. Wir brauchen 67 Stöcke. Hab ich irgendwas zu kriegen? Oh, was ist denn ein Energy Drink? Oh ja, komm. Die fahr ich mir jetzt mal rein. Oh, voll die Energie. Die Nacht ist aber durchmachend. Hi. Können wir dir irgendwas geben? Also es gibt... Es gibt eine Pistole und eine Schrotflinte. Wenn wir Waffen finden, wenn du zu viele Steine hast. Es gibt auch Steinlager, ne? Stein oder aus Holz? Es gibt Steinlager. Ja, ja, aber das müssen wir wahrscheinlich erstmal bauen aus Holz, ne? Aus Stöckis. Wieso denn, sammle Schildkrötenpanzer? Wofür brauchen wir denn Schildkrötenpanzer? Hm, weiß ich nicht. Ah, hier für den... Hier, da musst du deinen Schildkrötenpanzer mal hintun. Ah, ja, mach ich. So, dann würde ich mal sagen, machen wir hier... Ich muss erstmal die Stöcke hinmachen, dann den Schildkrötenpanzer, ne? Machst du unser Nachtlager schon? Mhm. Unser Nachtlager. But I need sticks first. Ja, sind genug. Also ich glaube, ich glaube, das funktioniert so, dass wenn die Urheinwohner hier sehen, dass wir hier Sachen abholzen und sowas, dass sie das nicht so cool finden und deswegen zu uns kommen und dann vorbeigucken und kommen, was hier los ist. Sollen sie mal herkommen, ne? Mhm. Schön. Oh, was gibt's Schöneres als zu Möwenklang? Zuerst mal speichern und dann schlummern. Und dann müssen wir uns wieder um Essen kümmern. Oh. Noch mal gerade. Jetzt komm ich auch schlafen. Kuschel dich an mich. Oh. Oh, ach du Schande. Oh Gott. Das kann man jetzt ein bisschen... Calvin, verteidige uns bitte. Komm, wir gehen einfach nochmal schlafen. Ich greife mal zum Speer. Achtung rechts ist einer über den Zaun geklettert. Ausgewichen. Oh, schon wieder, wie immer. Haben wir eben gespeichert, ne? Oh, Robert, ich kann sie nicht alleine abwehren, ich bin auch tot. Ist auch tot? Hattet ihr eh zum Wiederbeleben. Ja, aber dann. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau. Ach, sie wird wirklich gefangen. Ja. Wir hätten vielleicht echt vorne zu machen sollen, bevor wir uns hinlegen, ne? Unter Wasser, oder? Okay, los schneiden. Get killed by a shark. Okay. Ich bin tot. Oh, bitte. Oh, wirklich? Ich bin instant gestorben. Instant. Ich lebe. Oh, bitte keine Haie. Oh, bitte keine Haie. Ich habe so Angst vor Haien. Oh, bitte nicht. Ich halte mir die Augen zu und fühle mal die Küste. Ich weiß gar nicht mal, wo ich bin. So, ich sehe dich auf jeden Fall irgendwo. Ne, ich bin. Ich sterbe direkt. Ich probiere es nochmal. Ne, 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 ne. Das stirbst du auch. Ja. So. E gedrückt halten. Ich habe halt nur, ich habe halt original Black Screen. Ich sehe gar nichts, ne? So. Jetzt habe ich mich befreit. Jetzt habe ich das Menü. Jetzt schwimme ich. Oh, sehr gut. Ich bin hier gerade ein bisschen am stärken. Hallo. Oh. Kevin sammelt fleißig seine Baumstimme. Verteidige unser Lager, du Idiot. Oh, hier sind wieder ganz viele Leute. Oh Gott, wo kommen die denn auf einmal her? Alter, das gibt es doch nicht. Boah. Wie war ich denn da raus? Kriegst du mich? Kriegst du mich? Ich muss erstmal hier die... Ich werde hier die ganze Zeit angegriffen von den Typen. Ich habe noch vor mir hier. Äh, noch einer? Dann hole ich dich. Ne, das schaffe ich nicht. Ich sterbe. Drei, zwei, eins. Jetzt ist tot. Jetzt ist hier frei. Bist du hinüber? Ne, ich krieg dich. Komm. Hier. Ich bin wahrscheinlich wieder im Wasser. Ja, ich bin wieder im Wasser. Ach, ich habe gerade Calvin wiederbelebt. Ach, den blorenen Sohn. Ich bin durstig, ich bin müde, ich habe Hunger. Hol deinen Rucksack zurück. Oh Mann, ey. Junge, Junge, Junge. So viel Arme an, wie du tragen kannst, ne? Ich kann dir leider nichts mehr tragen. Hier ist noch ein bisschen... So, als allererstes mal Medizin schlucken. Dann Energy. Und dann so eine Feldration. Naja. Mit Durst. Was zu trinken. Hier vorne Salzwasser. Kann der auch Salzwasser trinken? Würde ich nicht machen. Dann lassen wir das. Aber Hauptsache Calvin hat die zwei Holzstämme. Oh, das Wasser, das hier... Oh, da kommen welche. Hier vorne. Da ist wieder einer. Der mit dem blauen oder das ist Virginia? Das kann dir sein. Hast recht. Ich guck mal. Ja, ist unsere. Ist die Virgie. Die Verluste gleich. Ey, du hast doch ein Eventar doch fast, oder? Ne, nicht mehr. Ich hab eben einen getrunken, aber der ist schon weg. Hm. Hier, aus dem Fluss kann ich warum auch immer nicht trinken. Ach, das gibt's auch nicht. Warum bitte nicht? Endlich. Warum bitte nicht? Endlich. Ja, Calvin, Kopfschütteln. Nein, ne? Wir müssen echt pennen gehen, ne? Mhm. Ich bin jedenfalls sehr müde. Ich bin krank. Hm. So, wir gehen schlafen. So, werden wir die Nacht überleben. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wow. Ciao. Ciao.